Es gibt niemanden, der das weiß, aber ich habe eine Todesangst vor Pferden. Es greift an! Guck dir mal die Beine an. Auf dem Basketballplatz ist ein Pferd. Lasse, du musst mir helfen. Es muss ja irgendwo einen Besitzer geben, aber das ist einer, der sein Pferd misshandelt hat. Schlimm ist das. Das Pferd muss geschlachtet werden. Zwei Tage oder es wird erschossen. Lasse! Wollen wir nur das Pferd retten oder nicht? Ja, schon, aber das geht nicht mehr mit Hochwitz. Sicher! Die finden uns sicher. Und dann? Die finden uns sicher. Und dann? Ja, schon, aber das ist ein Pferd. 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 Untertitelung des ZDF, 2020